Meine 10 ganz persönlichen Geldregeln, Regel Nummer 3, 10% spenden, 20% investieren. Ich spende 10% meines Einkommens privat an verschiedene Organisationen, beispielsweise Plan International, Intakt Mädchenhilfe oder auch den NABU. Da habe ich mir so das rausgesucht, was mir da gefällt, wo ich auch denke, dass die Spenden sehr dringend benötigt werden. Plus natürlich aus aktuellen Situationen, wenn sich was ergibt, Erdbebenhilfe, Krieg und so weiter, da spende ich dann gerne nochmal einen Ad-Hoc-Betrag. Also 10% finde ich ist eine sehr schöne Hausnummer. Mit der Firma machen wir genau das Gleiche. Da spenden wir auch sehr regelmäßig an verschiedene Organisationen. 20% investieren ist so eine grobe Daumenformel. Öfters ist dann auch mal ein bisschen mehr. Sowohl privat investiere ich in meine ETF-Sparpläne, das wird alles automatisiert, rattert so durch, als auch im Business, da gibt es auch ein ETF-Depot für meine Firmen jeweils. Bei diesen Daumenregeln solltet ihr immer schauen, ist das genug, passt das wirklich. Diese 20% investieren, das ist eine grobe Richtlinie, aber ihr solltet auf jeden Fall ausrechnen, reichen diese 20% auch überhaupt, um dann eure Rentenlücke zu schließen. Aber mal so grob als Orientierung könnt ihr, denke ich, mit 10% spenden und 20% investieren. Hoffentlich ganz gut erst mal arbeiten. Vielen Dank.